heil leute wir probieren es mal noch mal mit rocket league ein 3 x 3 schade das war jetzt knapp schwacher schuss was machen wir denn für die bolze jetzt mal rein grabe das war jetzt natürlich wieder katastrophal start andere richtung weg damit jetzt mal ja endlich super ewig wind wow wow und reingabe leider nichts war noch gleich weg und noch mal mehr versuch und endlich drinnen 2 2 1 1 1 2 2 3 shit oh das war knapp 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3